Hallo an alle und herzlich willkommen bei uns in unserem Online-Deutsch-Unterricht. Ich bin Sorgant, eine Freundin von Ihnen und Ihre Lehrerin. Wir haben schon zusammen diese Konjunktionen als und wenn beim Temporale Sätze gelernt. Aber wir wissen doch nicht den Unterschied zwischen diesen Konjunktionen. Heute wollen wir zusammen diese Unterschiede lernen und auch ein paar Beispielsätze zusammen sehen. Ich bin Sorgant, eine Freundin von Ihnen. Ich bin Sorgant, eine Freundin von Ihnen. Ich bin Sorgant, eine Freundin von Ihnen. Schönen, eine Freundin von Ihnen. Wenn Ihnen oder Älster, Sie haben wir alle, aber wir wissen, aber wir haben eine Freundin von Ihnen. Aber wir haben eine Freundin von Ihnen. Wir haben eine Freundin von Ihnen. Wir haben eine Freundin von Ihnen. Wir wollen über den Moment werden, die Zeit, die Zeit und den Moment nicht weitergibt. Ich möchte einen Beispiel mit einem Beispiel mit Als und Wen-Win abgeben. Als-Win der Schulung nicht haben, um die Zeit zu kommen, um die Zeit zu kommen, um die Zeit zu kommen, um die Zeit zu kommen. Zeit, ich habe mit einem Ich fand die Schule nach Hause kam Das wien als die Matadest mitgessen. Hämieşہ, wknie man aus mirdausen in die M Julian den Nuharen servieren. Wami in die Wien Wien die Wien Ich kann immer wk. Und ich Sie haben Wien Wien Du Ich habe gesagt, dass ich das erste Mal gesagt habe, Ja, immer. Ich sage mir, wir wollen immer wiederhandeln. beim Pateritum beim Pateritum beim Pateritum beim Pateritum beim Pateritum Pohre, bei der Eingang die Eingang im Gälder bei der Handlungen sind in der Fägengenheit bei der Handlungen sind in der Fägengenheit bei der Säure Klamot bei der Säure Klamot htern und meine diese Eingang mit der Säure Klamot wird zum Beispiel immer afft, jedes mal jedes mal jeden hre daf es efer er wens wens Aber ich sage mich noch einmal, das ist die Frage. Ich habe einen Er wird erst mal ein paar Mal verabschieden. Geist die ich zum Beispiel empagal mache. Max heiratete er aber noch zu dend. Be Sure was, geigertete, ist ein paar Therapy-Tek�um, die ich scheissen, aber auch die Therapy-Tek�um, dieicksierenden Ihr Auftrag von Haiken. Max is the watch. An Zeitpunkt, die ich nachdem im Moment, die ich nicht, werde auch in Ordnung. Henoz Danejutschi bude Hom Mietunim Bera Aeim Azefahe Bukunim Aung Tempo Kalimun Aung Bera Aeim Bera Aeim Bera Aeim Cine Schrift Khaast Eik Nedar Eim Maks Higatete Alts Erlok Student Vah Maks Higatete Alts Erlok Student Vah Maks Azefah Gerd Zmán Eik Aun Henoz Danejutschi Bude Bede Aeim Dein Aeim Danejutschi Danejutschi Bude Degre Kambar Khe Danejutschi Danejutschi Bude Cine Aeim Aeim Sari Danejutschi Bude 4 Sari Ba Hume Yer Bara Danejutschi Bude Pes Miam Azefahe Estafade Mekonem Yami Aung 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 Als mags, war die Dazu und ein наш student? Nachdem ist die Zeit, wenn die Zeit habe, über die Deutsch? Achtung, wach daste, wach daste, wach daste, wach daste, wach daste. Achtung, wach daste, wach daste, wach daste. Achtung, wach daste, wach daste, wach daste, wach daste, wach daste. Achtung, wach daste, wach daste, wach daste. Wach daste, wach daste, wach daste. Achtung, wach daste, wach daste, wach daste. Achtung, wach daste. Achtung, wach daste, wach daste. Achtung, wach daste, wach daste. Achtung, wach daste. Achtung, wach daste. Achtung, wach daste. Achtung, wach daste, wach daste. Achtung, wach daste. Ich versuche zu einigen, was ich vielleicht bisher, zu wenn ich es. Ich hab es noch ein bisschen weniger gesagt. Ich habe an Besegfrage. Ich kann es auch ein Malik oder ein Malik machen. Ich kann es einfach mal ein Malik machen. Wenn ich einen Malik aus demATFaq bin, dann kann es das Maligen. Wenn ich einen Malik aus demATFaq bin, dann kann ich das Malik machen. Es ist so, Vergangenheit einmalig als Vergangenheit mehrmalig wenn und auch andere Situationen. Es bedeutet Gegenwart und Zukunft. Es ist egal, einmalig oder mehrmalig. Wir benutzen wenn. Und wir können hier ein paar Mal ein paar Mal sehen. Ich bin. Ich habe auch im Ausland. Ich habe auch ein Gehirn. Ich nehme einen Gehirn. Ich nehme 2 meias noch ein EKG. Ich nehme sehr, dann ist es sehr gut. Ich habe auch einen Gehirn. Ich habe wirklich eineitsch launch. Ich habe jetzt eine긴isse. Ich habe eine Verkauf um mit 2. ich habe mich gemacht. dass ich jemand nimm einen Eindruck bekomme. Ich habe sehr gut gemacht. Ich habe auch eine Schüsse. Es ist sehr gut. Dann er die nächsten Mal. Immer. latte. Wenn ich fertig bin, ist er bei dir nicht? Ich würde ihn mir am. Miriam, meme. Er ist nicht? Wenn ich mich fertig bin, bin ich sicher. Ich würde dich jetzt aufpassen. Jetzt bin ich da! Miriam also einen Moment. Ich würde mich dran nehmen. Das heißt. Die Rose koh meriht budeh, einen bete. Die Rose koh meriht budeh, einen bete. Die Rose meriht budeh, ein paar. Nicht her Rose ke. Her Tag koh meriht budeh, oder meriht budeh, Was ich möchte? Und das passiert mehr als einmal. 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 Es bedeutet einmal, zweimal, dreimal, jedes Mal. Es ist passiert mehrmals. Wir haben auch eine kleine Hausaufgabe. Und das passiert. Und das passiert mehr als einmal. 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 Und das passiert mehr als einmal.